Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Rocket League und wir spielen heute da mit, dann suche ich mal noch schnell ein Spiel, wahrscheinlich nur Rumble und dann überspringen wir das kurz mal. So jetzt sind wir in dem Game drin aber ich weiß ja gar nicht mehr wie es geht. War glaube ich nicht so nice, aber hat irgendwie funktioniert muss man sagen. Ah, ah. Nein. Nein. Ich glaube es hat trotzdem funktioniert. So jetzt. Mate, komm. Ja. Perfekt. Okay. Ich weiß schon nicht mal welche Tasten für den Chat sind. Ah, Hilfe. Oder was ich drücke. Egal. Ähm. Ich werde es wieder so machen wie in den letzten Folgen. Best of Free. Perfekt. Aber er ist auch komplett eh schon wieder am Stab. Und ich habe bisher irgendwie noch nichts gemacht. Perfekt. Ist auch nice. Gut, die Gegner halt auch nicht, aber ich habe noch das Gefühl noch nicht mal so oft ein Ball gesehen, wie viele Torwäschchen habe. Na, ja. Komm, entweder du. Wie? Ich weiß nicht, das war nicht die beste Idee, glaube ich. Aber zum Verwirren war es gut. Oh, naja. Zeig ich doch. Zum Verwirren war es gut. Heute auch mal den McLaren 15 TS gepackt. Mal schauen. Und anscheinend gab es auch. Und dann gibt es gerade ein Event. Vielleicht dann nochmal außerhalb der Aufnahme. Oh, ich glaube das erste Game sieht schon mal sehr gewonnen aus. Ähm. Ich schätze mal das wird nicht so die Schwierigkeit werden. Und dann ist die Frage, wie viele Games werde. Ich bin ja gespannt. Wie? Ich kam noch gar nicht dazu bisher einmal mein Item einzusetzen. Ne zweimal. Ah. Hätte funktionieren können. Aber, ja. Jo. Hat nicht funktioniert, weil, ja. Irgendwie tun die Gegner halt nicht so wirklich viel. Weiß auch nicht. Ist halt irgendwie gerade ein bisschen lame. Zu viel die Aufnahme. Aber, was soll ich sagen. Auch nichts machen. Ich werde es auch nicht anders kennen. Also, ich finde das... Das waren halt Games, die ich gesucht habe. Und dann passiert das halt mal. Oh. Komm, lass mich. Ich will... Nein. Ruf. Als ob das passiert ist. Ich bin einfach der schlechteste Spieler der Welt. Ich habe mich einfach selber nicht mehr gerafft, was ich gemacht habe. Naja. Dem Mitspieler sei es gegönnt für seinen Doris. Hm. Ich weiß halt auch immer nie. Sobald, wenn man mit Random spielt, wer her rangeht. Uah. Oh. Perfekt hab ich gut gemacht. Aber jetzt war eigentlich ins Tor fahren. Aber es hat gereicht. Es hat gereicht. Klasse. Perfekt. Also wenn... Ach. Ich wäre immer natürlich sehr froh, wenn die halt auch aufhören könnten, die Gegner. Aber... So werden wir wahrscheinlich noch zweistellig erleben. Hä? Also... Warte mal. Warte, warte, warte. Wie ist das denn passiert? Ich war mir so safe, dass der Ball nicht berühren wird. Hä? Okay. Habe ich wohl wieder nicht so gut gespielt. Ah. Frage ist, was kriege ich... Nein. 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 Ich kriege meine Items nicht. Ah. Doch. Wenigens habe ich das Tor bekommen. Ah. Ich dachte schon, ich kriege es nicht. Aber ich bin eigentlich fast genauso gut wie der andere. Dude und der andere ist ein bisschen weiter hinten. Aber... Dass ich gerade eben den Ball auch reingelassen habe. Also... Ich war halt mir sicher. Wahrscheinlich ist die Hitbox so klein gewesen, dass ich sie einfach wirklich nicht getroffen habe. Aber... Ich dachte, war mir eigentlich sicher, dass ich locker dran bin. Ah. Okay. Ich wollte mir gerade Boost holen. Habe gar nicht mitgekriegt, wie das schon wieder passiert ist. Aber... Ist auch okay. Okay. War anscheinend schon ein easy Tor. Oh, noch gegen einen. Komm. 10-1 schaffen wir noch. Weil 10-0 schaffen wir nicht mehr. Aber ich... Irgendwie... Weiß auch nicht, was da passiert ist. Na. Dies, das. Komm. Will ich habe. Ah. Mann. Komm. Lefte, please. Gib auf. Dude. Ja. Also eigentlich bin ich nicht für aufgeben, aber... Es wäre halt... Nur neben zusammen machen nice, dass... Dann die Folge nicht so langweil... Ohohohohoho. Jum, 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 jum. Hey, was hat er denn hier überhaupt gemacht? Ah. Ja, gut. Ja, gut, ne. Das soll man dazu sagen... Hände eigentlich hinten bleiben müssen Huch Das war schon insane schlecht Also unglaublich Haha Warte mal, ich kann hier doch einfach Totding Nein Das darf ich Also so schlecht Habe ich ja schon lange nicht mal gespielt Ich fühle mich immer schlechter Von Aufnahme zu Aufnahme Das ist ja insane Bitte kipp doch auf Ich glaube, entweder wird die Folge heute noch länger Oder Sie wird wieder kürzer Man weiß es nicht Oh How ist es mein Tor, aber Irgendwann so beschweren kann man sich da jetzt eher weniger Wie auch immer das passiert Mann Das hingest Das dauert halt jedes Mal ewig Ich könnte halt auch einfach ganz langsam fahren Er ist eher afka Okay, danke Lass mal rausfliegen So Oh Okay Oh Okay Okay Das ist ja übel Ja Wir suchen mal noch in der Zeit Und dann Sehen wir uns gleich wieder So Da sind wir jetzt auch schon am zweiten Game Oder was heißt schon Hat nochmal Kurz gedauert Aber Hauptsache Hab ich echt so rosa Ich kann mich schon gar nicht mehr daran erinnern Das ist ungünstig Ganz ungünstig Komm Magnet Oh Gefreeze 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 Oh Nochmal Freeze Au Ende Nein Oh Ich bin so schlecht Weiß nicht Ob das gut war Eigentlich nicht Aber Come on Ja Gegönnt hat's Es hat gegönnt War das das? Ne Doch War doch Manage Ja Kein Problem Kein Problem Hm Weiß nicht was die tun Schon wieder Was Ich weiß nicht was wir tun Warum kriege ich denn immer nur Kaputten Motor Aua Ha Ich bin's Also For real Das Das war einfach Killer Das war Das war einfach Das Teamplay des Jahres Ich weiß nicht was die Was soll man mal Ja ich glaube Meine Chance gerade Ich wittere meine Chance Ich wittere meine Chance Nein Das war Second Too late Oh 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 Wir sind alle Ganz ganz schlecht Nein Oh Okay Das war Unlucky Das ist genau In der Sekunde Auf meine Aus meiner Range Gekommen Ich meine Vielleicht auch Denken können Aber Okay Unlucky 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 Äh Oh Mann Oh Mann Weiss nicht Der Maid ist schon mal ein bisschen toxic Der Reiner Jedenfalls Geht trotzdem halt nicht mal der Beste Kein von Punkten Herr Oh Hinterhang Würde ich es mal nennen Oh Weiss nicht ob das nice oder nicht nice war Aber ich glaube es war nicht Oh Ich weiss nicht wann ich in den Jusen soll Ich weiss nicht ob ihr gerade was gehört habt aber Maybe kann ich es sonst ausschneiden Von den Ton halt kurz sagen Mann Ist auch eigentlich egal Dann dürftet ihr eh nichts gehört haben Ach Mann Jo Bearbeitung For the win Irgendwie ist es gerade ganz schön schlecht darf ich nicht sagen Also wenn das jetzt noch ein Los wird Dann bin ich ein bisschen getäuscht Von mehr Deine Typ ist auch ein bisschen grumpy drauf oder Ich weiss nicht Ich weiss nicht Hä Wow Das Spiel wieder Ach man Ist das lächerlich So Ich muss schon unbedingt Tore machen Ja Na, hä? Ne, hab ich einfach gerade schlechtes Einschätzungsvermögen Krampi Ist wieder gut dabei, aber hä? Ich bin gerade so schlecht schon wieder Ich war mir versichert, dass ich an dem Ball Dorn war, aber Naja, keine Ahnung An sich glaube ich nicht so Oh Wollte sagen, auch meine Idee Hat nicht funktioniert Jedenfalls so weit, wie ich geplant war Oh Oh, oh, oh Nein Mann Jetzt habe ich einmal Spikes Ich habe einfach gar nichts mehr gesehen Ich sehe Mann, ich bin so schlecht Ja gut, das war es dann glaube ich An der Stelle Ja, perfekt Na ja Dann suche ich nochmal Weiß zwar nicht, wie lange die Aufnahme dann ist, aber Ich schätze mal, dass wir das Dafür gab es diesmal zwölf Ballons, aha Gut, dann sehen wir uns gleich in den nächsten Games So, in allem das entscheidende in den Games würde ich immer sagen Sind wir jetzt auch Kriegt der denn? Ja Gut Oh, der sieht gar nicht Das ist schon mal gut Nach vorne Oh ja Oh, ich wollte gerade sagen Er kann nicht wegmachen, weil er Gedingst ist Oh, oh Ah Ja, gut Kann da nochmal wer ran Ich habe auch noch einen Magne Oh Oh ja Spielgen So, direkt geht es weiter Ach, Mann Too late Classical Kann ein bisschen Ball wegkriegen Perfekt Ah Schade eigentlich Nein Ah Ja, gut Ich hätte ihn halt treffen können Maybe Aber da könnte ich jetzt auch nicht mehr viel machen So das Ding Ah 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 Okay Oh ja, das war ein gutes Tor. Perfekt, das muss jetzt so weitergehen. Vielleicht auch nicht. Nein, ich war doch dran, aber ich bin mit dem Finger an den Tisch gerade gekommen. Tornado. Oh, oh, oh. Schade. Oh ja, okay, alles ist normal. Okay. Hast du mich halt gar nicht mehr spawnen? Ja, und klau mir du noch einen Boost. Mein Leben ist gerade echt perfekt. Das Rocket-Leben. Ah, Mist. War nicht so gut wie ich gedacht habe. Aber er ist immer noch da hinten. Nicht mehr. Ich weiß nicht, was passiert gerade. Ich war irgendwie nicht so getroffen, wie ich mir erhoffte. Nein, mein Ding ist gerade weggegangen. Oh. Oh, war das Lucky. meine Gottes Hand Gottes. Nein. Er hat Spikes. Das ist auf jeden Fall das spannendste Match von allen bisher. Das muss man mal so sagen. Nein. Die rammen einfach nur komplett rein. Ach. Alter. Rammt halt noch mehr. Oh, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ich habe mich misskriegt. Hilfe. Ach, Mann. Na. 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 Oh, uff. Kritischer Hase. Kritisch. Ganz, ganz kritisch. Oh. Gesaved. Nicht alles, aber alle fangen am Bus vorbei. Gute Sache. Der hat Faustgottes. Nicht gut. Ach nein, das war der Falsche. Nevermind. M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M. War noch nicht so ein. Ja. Aber eigentlich dachte ich halt auch, dass er mit Faustgottes oder an nicht drankommt, aber dann hat er halt gerade Spikes gekriegt und ich habe nichts gesehen. Ja, irgendwie sind aber alle gefickt geschoben. Ah. Nein. Hä? Okay. Warum? Naja, komm. Schauf mehr. Ja, Jungs. Go. Ah. Nein. Das war das Falsche. Das war das Falsche. Ah. 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 Oh, Spikes. Die darf ich jetzt nicht missen. Nein. Oh, Mann. Ich bin so schlecht. Ah. Mann. Warum hat denn immer noch einer Tornado? Schade war gut. Kein Boost. Kein Boost. Kein Boost. Kein Boost. Kein Boost. Kein Boost. Komm. Muss ja. Ah. Ah. Das könnte mies enden. Nein. Ja. Cool. Komma. Komma. Halber zu lang. Ja. Cool. Komma. Oh ja, okay, dann würde ich auch mal sagen, dass es dann mit dem Video gewesen sein soll. Und gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, oder lasst auch ein Abo auf dem Kanal da. Und dann bin ich raus, und tschüss, wollte ich noch wegfliegen, aber naja, ciao.